Die Kase-Wertlauf Die Kase-Wertlauf Die Kase-Wertlauf Die Kase-Wertlauf Guten Abend und willkommen meine Damen und Herren. Ich heiße er Dr. Bale für Programm von Szenen. Heute war der Kase-Wertlauf in England. Jetzt gehen wir zu Wurz für die Sportübertragung. Danke sehr, Herr Bale. Ich bin hier in England, im Wertlauf in England. Und hier geht es. Das mag Schmerz. Das mag Schmerz. Vielen Dank, Wusch. Das mag Schmerz. Jetzt zu Amerika für den Wetterbericht. Amerika. Es regnet sein Badz hier. Ich kann nicht sehen, warum ich zwei wollen nicht wiederkehren. 2,000 Euro. Oh! Hier schauen Sie mal, John. Ach, schade, Amerika. Ein anderer Nachrichtin in Mobile, Alabama ist ein Einzelmännchen. Eine Menschenmenge sammeln dafür. Danke, Herr Doktor. Ich bin hier in Mobile, Alabama. Entschuldigung, was gibt's hier? Sie sehen, wie ein Leprechaun zu mir. Ich muss auf den Tee schauen. Wer hat den Leprechaun gesehen? Ja! Menschen sagen, dass Einzelmännchen sieht wie diese Zeichnung aus. Ich habe gefragt, was denken Sie, dass das Einzelmännchen daran ist? Es könnte ein Quackhead sein, das kam zu das falsche Dinge. Und sie sagte ihm, zu gehen in den Tee und zu spielen. Ich habe auch gefragt, wofür magst du das Einzelmännchen? Ich will zu gehen. Gib mir zu gehen. Ich will zu gehen. Ich bin Felix, wie du? Für Programm 15. Herr Doktor? Ich will das ein bisschen erstraktsp mush. Auf Wiedersehen. Again, Sie sind 16V. Okay. hallazie! Sie! Oh, Supplyman! Take me!